In diesem Video stellen wir Ihnen die individuellen Einstellungen vor, die bei zahlreichen neuen Etiketttypen bei ARCHICAD 19 verfügbar sind. Zusammen mit der bei ARCHICAD 19 neu eingeführten Etikett-Tier-Funktion finden sich als weitere Verbesserung jetzt im Einstellungsdialog der meisten Etiketten mehrere individuelle Einstellungen-Seiten. Die zweite Seite im Paneel Individuelle Einstellungen zahlreicher Etiketttypen ist die Seite Allgemeine Einstellungen. Hier können Sie verschiedene allgemeine Einstellungen zur Geometrie und zum Erscheinungsbild des Etiketts einstellen. Das Feld Rahmenstil wird nur dann aktiviert, wenn das Kästchen Rahmen im Paneel Textstil des Dialogs aktiviert ist. Im Feld Rahmenstil können Sie unter sechs in einer Tabelle angeordneten Stilen für das Einrahmen von Parameternamen und Parameterwerten auswählen. Die sechs möglichen Rahmenstile sind Rahmen um den gesamten Textblock Rahmen um den gesamten Textblock und die erste Zeile Rahmen nur um die erste Zeile Rahmen um jede Zeile Rahmen um die erste Zeile und eine Trennlinie zwischen den Säulenparameter Name und Parameterwert in anderen Zeilen Rahmen um die erste Zeile und alle Zeilen in anderen Zeilen des Textblocks Bezeichnungsbildes. Die Felder Textbreite von Bezeichnung und Textbreite der Werte werden nur dann aktiviert, wenn das Kästchen Zeilenumbruch des Paneels Textstil aktiviert ist. Darüber hinaus wird das Feld Textbreite von Bezeichnung nur dann aktiviert, wenn das Kästchen Zeigeparameter Name der Spalte ebenfalls aktiviert ist. In diesen beiden Feldern können Sie die Breite der ersten und zweiten Spalte des Textblocks festlegen. Wenn diese Felder nicht aktiviert sind, wird die Rahmengröße automatisch durch die längste Textlänge in jeder Spalte des Textblocks festgelegt. Das Feld Etikettausrichtung wird nur dann aktiviert, wenn beim Etikett kein Zeiger eingeschaltet ist. In diesem Feld können Sie die Ausrichtung des Textblocks Teils des Etiketts festlegen. Sie können unter vier Einstellungen wählen. Die erste ist parallel. Wenn Sie diese auswählen, wird der Textblock des Etiketts parallel zum assoziierten Element ausgerichtet. Wenn das Element gedreht wird, wird gleichzeitig auch das Etikett gedreht. Wenn wir die Option Vertikal auswählen, wird das Etikett vertikal ausgerichtet. Wenn wir das assoziierte Element drehen, bleibt die Ausrichtung des Etiketts vertikal. Wenn wir die Option Horizontal auswählen, wird das Etikett horizontal ausgerichtet. Wenn wir das assoziierte Element drehen, bleibt die Ausrichtung des Etiketts horizontal. Wenn wir die Option eigene auswählen, ist die Ausrichtung des Etiketts standardmäßig parallel. Wir können dann das Etikett in jede gewünschte Richtung drehen. Wenn wir das assoziierte Element später drehen, behält das Etikett seine festgelegte Ausrichtung bei. Das Feld Referenzpunkt wird, ähnlich wie das Feld Etikettausrichtung, nur dann aktiviert, wenn beim Etikett kein Zeiger eingeschaltet ist. In diesem Feld können Sie einen beliebigen der neun gewöhnlich verfügbaren Referenzpunkte für Ihr Etikett auswählen. Wenn wir diese Einstellung verändern, bleibt der Referenzpunkt in derselben Position und der Textblock bewegt sich entsprechend. Wenn das Kästchen Zeige-Parameter-Name der Stütze aktiviert ist, besteht jede Zeile des Text-Blocks des Etiketts aus zwei Säulen. Die erste zeigt den Namen des Parameters an, die zweite seinen Wert. Wenn das Kästchen deaktiviert ist, wird in jeder Zeile nur die Säule Wert angezeigt. Wenn das Kästchen Einheiten zeigen aktiviert ist, zeigt jede Zeile des Text-Blocks des Etiketts hinter den Parameterwerten Einheiten an. Es gibt gesonderte Einstellungen für die Maße Linear, Flächenmaß und Volumen. Bei jeder von ihnen werden die Optionen nach Projektpräferenzen für den gegebenen Maßtyp diejenige Einheiten benutzen, die in den Präferenzen des Projekts festgelegt wurde. Das bedeutet bei Volumenmaßen den Wert, der im Feld Volumeneinheit auf der Seite Berechnungseinheiten und Regeln des Dialogs Projektpräferenzen eingestellt wurde. Bei den Maßtypen Linear und Flächenmaß bedeutet das den Wert, der in den Feldern Lineare Maße und Flächenberechnungen bzw. auf der Seite Maße des Dialogs Projektreferenzen festgelegt wurde. Für das Feld Linear stehen die am häufigsten benutzten metrischen und speziell in Großbritannien verwendeten Einheiten zur Auswahl, darunter Millimeter, Zentimeter, Dezimeter, Meter und Inch. Wenn eine metrische Einheit ausgewählt wurde, können sie auch im Feld Dezimale, das dann zur Verfügung steht, die Anzahl der Dezimale festlegen. Für das Feld Flächenmaß stehen die am häufigsten verwendeten metrischen und nichtmetrischen Einheiten zur Auswahl, darunter Quadratmeter, Quadratzentimeter, Quadratmillimeter, Quadratfuß und Quadratinch. Wenn eine metrische Einheit ausgewählt wird, können sie im Feld Dezimale, das dann zur Verfügung steht, auch die Anzahl der Dezimale festlegen. Für das Feld Volumen stehen die am häufigsten benutzten metrischen und nichtmetrischen Einheiten zur Verfügung, darunter Kubikmeter, Liter, Kubikzentimeter, Kubikmillimeter, Kubikfuß, Kubikinch, Kubikyards und Gallon. Das Feld Dezimale steht zur Verfügung, wenn eine dieser Einheiten ausgewählt wird und Sie können Einheiten für das Volumenmaß festlegen. Bitte sehen Sie sich auch die vorausgehenden und nachfolgenden Clips dieser Playlist an, um sich mit den anderen häufig benutzten Seiten individuelle Einstellungen von Etiketten vertraut zu machen. Pferdator Ikdesi Zweifels Ichиз inspired I Z Besond Ich 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 Z